Liebe Essenerinnen und Essener, für Kinder und Jugendliche, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden oder bei denen das familiäre Umfeld Anlass zur Sorge gibt, ist die aktuelle Corona-Situation noch viel schwieriger. Betreuungsangebote fallen aus, gewohnte Treffen mit Vertrauten oder engen Bezugspersonen können nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Expertinnen und Experten wiesen uns bereits zu Beginn darauf hin, dass die Anzahl der Fälle von häuslicher Gewalt gegen Kinder gerade in dieser Zeit sich erhöhen können. Natürlich setzt unser Jugendamt alles daran, den Kontakt zu gefährdeten Kindern und Jugendlichen zu halten. Betreuerinnen und Betreuer vergewissern sich regelmäßig auf ganz unterschiedlichen Wegen, ob es den Kindern gut geht. Carsten Blum ist Abteilungsleiter im Jugendamt der Stadt Essen und stellt den Kinder-Jugend-Notruf vor. Die wichtigste Telefonnummer für Essenerinnen und Essener, wenn man sich um ein Kind oder um einen Jugendlichen Sorgen macht. Liebe Essenerinnen, liebe Essener, wir möchten Ihnen in diesem Beitrag das Essener Kinder- und Jungnotruf-Telefon vorstellen. Für Kinder und Jugendliche, die in Essen in Not geraten, gibt es eine Telefonnummer, unter der sie rund um die Uhr Rat, Hilfe und Schutz bekommen können. 26 50 50 lautet die hilfreiche Nummer. Wenn ich vom Essener Kinder- und Jugendnotruf spreche, ist es aber notwendig zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Das Thema Kinderschutz steht immer wieder im Blick der Öffentlichkeit. Und das aus gutem Grund, da es um das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen und ihrem Anspruch auf körperliche und seelische Unversehrtheit geht. Kinder und Jugendliche vor Gewalt und Missbrauch zu schützen, ist vordringliche Aufgabe des Staates und damit beauftragt sind die Jugendämter. Bei Verdacht auf Gefährdung eines Kindes besteht in Essen rund um die Uhr die Möglichkeit der Kontaktaufnahme, Beratung und Meldung. Und das für alle, für Institutionen wie die Polizei oder die Krankenhäuser, aber auch für Privatpersonen, also für Eltern, Nachbarn oder Freunde der Familie. Natürlich können sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen auch selber melden oder Freunde, die sich Sorgen machen. Als zentrale Rufnummer ist bereits seit 2008 das Essener Kinder- und Jugendnottelefon unter der Rufnummer 26 50 50 eingerichtet worden. Und dieses Angebot wird immer häufiger in Anspruch genommen. Zu Beginn waren es gut 400 Anrufe im Jahr. Im letzten Jahr verzeichneten wir dann annähernd 1500 Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Institutionen, die ihre Befürchtungen zum Ausdruck brachten. Meldungen von besorgten Erwachsenen haben übrigens auch im April zugenommen im Vergleich zum Februar diesen Jahres. Das freut uns natürlich einerseits, weil es zeigt, dass das Kinder- und Jugendnotruftelefon auch in Corona-Zeiten stark nachgefragt wird. Andererseits zeigt es aber auch, dass uns gerade in der jetzigen Zeit mehr besorgniserregende Situationen geschildert werden. Aber das Kinder- und Jugendnotruftelefon berät nicht nur. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch befugt, die Versorgungssituation und auch die Betreuungssituation in den Familien vor Ort zu überprüfen. Das heißt, nach einem Anruf fahren Fachkräfte zu Familien und machen sich ein Bild vor Ort. Wenn sie dort Situationen vorfinden, die für Kinder und Jugendliche gefährdend sind, werden die betroffenen Kinder oder Jugendlichen in einer Familie oder je nach Alter in einer Kinder- oder Jugendschutzstelle vorläufig untergebracht. Dann wird geprüft, ob und wann das Kind oder der Jugendliche wieder zu den Eltern zurückkehren kann. Dabei steht der Schutz des Kindes natürlich im absoluten Vordergrund. Bitte rufen Sie an, wenn Sie sich Sorgen machen. Es geht nicht darum, andere Menschen zu denunzieren. Mit Ihren Hinweisen können Sie den betroffenen Kindern und Jugendlichen helfen, sie zu schützen. Seien Sie mutig und helfen Sie mit, dass die Jüngsten in unserer Stadt in einer lebenswerten und förderlichen Umgebung groß werden. Übrigens, das Jugendamt und das Diakonie-Weck-Essen teilen sich den Dienst am Telefon. Während der Notruf tagsüber vom Jugendamt entgegengenommen wird, übernimmt außerhalb der Bürozeiten das Diakonie-Weck-Essen. Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag steht Ihnen die Nummer 26 50 50 zur Verfügung. Bleiben Sie gesund. Glück auf.